Na ihr kleinen Muckelmäuse, hallo, habt ihr vielleicht Lust auf einen kleinen Spaziergang? Mal ein bisschen die Welt gucken, die wilden Toba sind alle schon fertig, die machen gerade Pause. Könntet ihr mal ein bisschen gucken kommen, wenn ihr Lust habt, hm? Traut sich keiner? Könnt ihr mal gucken, gell? Ja, prima, ja, hallo, ja, so ist doch fein. Komm, guten Tag, guten Tag, du auch noch? Komm, trau dich aus. Hallo, ein bisschen Kribbelkrabbel holen. Ja, so, wie wird er noch kommen, hallo. Ich schnell wieder rein. Oh, prima, einen tollen Wind. Ja, Pixi ist geflattert, ne? Komm, trau dich noch ein bisschen. Komm her. Komm her. So ist toll. Super. Bisschen mehr das Körperchen noch üben. Jawohl. Reicht erst mal? Na, wer traut dich noch mal? Komm. Wer traut dich noch? Ja, super. Die noch mal. Oh, jetzt hopfst mir jemand auf den Rücken. Lass mich raten, wer gleich gucken kommt. Hallo, super. Gut, prima. Macht schon ein bisschen Spaß, ne? Ja? Macht schon ein bisschen Spaß? Kribbelkrabbelkrabbelkrabbelkrabbel. Na, Nono? Hallo. Du kommst hoffentlich in netter Absicht, ne? Oh, Kugelnummer zwei ist jetzt draußen schon wieder. Oioioioi, super, klasse, fein. Komm nur noch Mause bei. Es bremsen sich bitte. Macht's gleich auf den Dicken, ne? Kommt noch mal jemand? Schön nett sein. Hier sehe ich doch schon wieder das Körnerklau und so weiter im Kopf an. Okay, reicht vielleicht auch fürs erste Mal, ne? Tolle Leute!